hallo welt da sind wir wieder und wir haben hier noch einen verkaufsautomaten auf monark entdeckt mal sehen was der und zu verkaufen möchte teure sachen auf jeden fall wir haben hier entschlossenheit 5 leicht sogar und schwer tarnungsfertigkeiten und ausweichen plus 5 leicht tarnungseffekt der tarnungsfertigkeiten 5 einschüchtern 3 hier ist wenigstens auch leicht und leicht einschüchtern drei beide ja ja das ist ganz schön was war das eine hier entschlossenheit was kann denn entschlossenheit nochmal wofür brauchen wir das dann ja um entschlossen zu sein also wir bräuchten das auf jeden fall weil dann würden wir vielleicht auch schon mal weiterkommen so ein bisschen die äpfel so ein äpfel nehmen wir mal mit und die bananen die können doch das gleiche wie den apfel oder ja plus 100 prozent natürliche lebensregeneration hält für zwei minuten grün heißt gut aber doch nicht bei bananen da heißt doch gelb ist gut bananenbüschel von spacers choice nehmen wir mal mit das ist ja merkwürdig wir sind immer noch auf monark und hier gibt es gar nicht diese teleritos die wir doch haben wollen diese da teleritos warum haben sie die denn nicht hier wir sind doch auf monark na egal das ist aber schön eluxiert panzerung rüstungswert korrosion genau das bräuchten wir aber 4000 ich bin noch nicht bekloppt 4000 ne 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 wir haben ja nur noch 6300 warum haben wir so wenig ich glaube wir haben ein bisschen viel getüftelt fixgriff nochmal angriffsgeschwindigkeit mit nahkampfwaffen plus 15 prozent weit sich da 25 prozent waffenreichweite ja gut tech aus rüstung tech fertigkeiten plus fünf prozent auch das muss alles nicht sein die dinger hier die kaufen wir mal das kann doch nicht sein dass wir so viel geld jetzt nur für die dietrich ausgegeben haben oder tatarus soße naja egal wir lassen das jetzt mal ich glaube sogar dass hier irgendwo noch so ein spacers choice liebe welt da draußen ich glaube sowieso dass wenn die beiden automaten da sind dann glaube ich sowieso dass hier irgendwo noch einer rumsteht von onti haben wir gleich wieder eine modifikation davon hey niedlich was haben wir denn da für einen schönen anzug körperpanzer mit explosionsschutz das müssen wir uns gleich mal angucken warum liegt hier denn so was ganz verlassen 90 90 guck mal 30 punkte bräuchten wir dafür fast können wir es uns leisten hätten wir nicht damals alles in hecken rein gesteckt könnten wir da jetzt ran schon wieder so viele sachen wir mal fleißig auseinander hier zerlegen jetzt haben wir die doch auseinander genommen oder die vom helden die wollten wir doch behalten eigentlich ja genau wo sind ja eigentlich wo sind die eigentlich zack weg entschuldigung weg sind sie hier körperpanzer mit explosionsschutz von aramid ballistics rüstung 18 stufe 11 rüstungstyp mittel fertigkeitsbonus verteidigungsfertigkeiten plus fünf modifikationen rüstung ab werk dann gerät können wir anschließen wir können einen fertigkeitskit anschließen und wir können nochmal eine fähigkeitsmodifikation anschließen bomben entschärfen sprengstoff herstellen feindlichen granaten ausweichen der körperpanzer mit explosionsschutz von aramid ballistics bietet dafür den besten schutz verkaufserlös 31 gewicht 2,5 also 22 kilo 50 gramm und zustand 100 prozent ok war nix war nix nehmen wir auseinander können wir sammeln wenn wir 20 pfund 20 kilo können wir noch mit schleppen also mehr ist hier nicht kein schlafplatz für uns ach so was waren jetzt da mit dem anderen dingen an das andere ding kommen wir nicht dran weil wir kein ding haben wir brauchen noch dinger weißt du was für dinger denn rede doch mal vernünftig mit mir ja mensch gibt's doch nicht was willst du eigentlich ja wir brauchen hier fertigkeitspunkte sonst können wir da nicht skillen und dann kommen wir da nicht dran anders sag schon an was an das ding ja nicht immer ding hat für dingen 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 das wird mir langsam zu blöd hier msi soldaten waren die gut noch nicht gut genug scheinbar larvenfutter mannt die königin larvenfutter die pilze und ich darf keine mitnehmen weil ich kein korb dabei habe warum machen wir das ja immer geladene waffe dabei haben ich habe gesehen die schon wieder ganz schön kaputt für waffenteile 50 das ist aber doch gut laufen wir überhaupt noch richtig hier ja immer den leichen nach ich würde sagen schon man die königin zeigt mir dein bauch das ist auch fies dass man da ausgerechnet dahin schießen muss da wo ihre kinder rauskommen die schießt doch damit damit fliegen die sondert sie vielleicht ab vielleicht hat sie parasiten nein das sind man die schwärme das das sind die fliegen und die fliegen nisten sich ein nein die verdoppeln sich ja wenn man nicht aufpasst die fliegen die nisten nein quatsch so kann das ja auch nicht gehen wie geht das eigentlich die königin die liegt legt ihre eier das machen königinnen übrigens immer alle königin legen ja 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 der königin ist ja so nummer dieses gesetz anders geht es nicht die muss ja irgendwo auch ihre eier herkriegen die die planeten und so also noch mal die königin legen ihre eier daraus schlüpfen fliegen kann ja schon nicht sein hier bei der man die königin irgendwas stimmt da nicht mit den fliegen verstehe ich nicht so ganz die fliegen ja die fliegen die fliegen fliegen raus legen ihre eier auf die auf die wirts körper und daraus schlüpft dann eine manty larve ist doch gar nicht so schwer ja das stimmt das geht und daraus wächst dann ein soldat eine soldatin oder ein könig oder eine königin vielleicht auch ein kaiser ja sowas in der art jetzt haben wir gar nicht gesehen was haben wir überhaupt gemacht was ist das ein msi da sieht man eine rüstung doch die sind hier ganz schön stark vertreten da müssen wir jetzt ordentlich was auseinander nehmen warum probieren wir eigentlich nicht mal andere waffen aus haben wir doch hier eingesteckt ich weiß gar nicht wir brauchen nur dieses gewehr was anderes brauchen wir gar nicht mehr das reicht vollkommen plasma gewehre haben wir an bord aber nicht stufe 21 aber trotzdem wir können ja jetzt nicht irgendwie können wir nicht alles behalten ein bisschen verkaufen wäre vielleicht nicht schlecht damit wir wieder an kronkorken kommen wäre schon schön plasma gewehr 2.2 schneide plasma schneider gold ach da haben wir doch den was heißt besser bis 22 ja ja nicht unbedingt besser der hat den diamanten dran weil er fabrikneu ist dann wir machen wir das denn jetzt nicht ins mikro schmerzen ja ich höre schon auf nee 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 ich gehe nie wieder mit ihr hier nach monarch wir sind immer noch überladen wir haben doch alles auseinander genommen haben wir die etwa alle schon gesammelt ja scheinbar viel merken können wir uns heute aber auch nicht mehr oder die zeiten sind vorbei zeig mal irgendwas stimmt hier nämlich nicht wie irgendwas stimmt nicht was brauchen wir denn davon schleichen plus 7 leider mittel leicht tarnungsfertigkeiten tarnungsfertigkeiten und mittel zwei hand nee weg damit leicht tarnungsfertigkeiten mittel zwei hand nahkampfwaffen sieben egal und entschlossenheit verteidigungsfertigkeiten eigentlich ist das ja auch mittel aber wir versuchen mal eins durchzubringen ja aber laufen wir zwei meter und dann sind wir wieder überladen haben wir denn so viel fleisch oder was haben wir da eingesammelt ja klar 60 kilo schleppen wir fleisch mit uns rum na klar die chips sind aber auch ganz schön teuer hier die teleritos nicht schlecht nicht schlecht ganz schön teuer ganz schön ganz schön schwer wollte ich sagen nicht schlecht nicht schlecht heißt das danach dann ach komm weiter geht's wir können ein bisschen laufen wieder zwei meter zack schon wieder überladen nein den pilz möchte ich einsammeln kann ich aber nicht sieht aus wie eine morchel kurz zeit geben zum überlegen ach jetzt ehrlich so welche rennen hier rum ach schade denn wir brauchen ja eigentlich das andere ding nur das ist so laut das andere ding wir sind aber am zittern ja das ist unser ende wahrscheinlich der typ roboter phobie nachher doch auf ich kann das auch Hör auf! Weißt du was? Das Ding gefällt mir. Das ist gar nicht so schlecht. Oder was meinst du? Haha, wer ist da gleich überladen? Das ist aber kein Grund sich zu freuen. Ja, aber da ist jemand gleich überladen. Ich kann ja gar nichts mehr sagen. Ja, das wäre noch das Beste. Ich will überhaupt nichts mehr hören. Was jetzt? Hier runter möchte ich gar nicht. Warum sollen wir da runter gehen? Ich möchte nochmal zum Schild. Warum steht da eigentlich ein Schild? Hier ist doch nirgends eine Straße. Also, als wir zum ersten Mal hier waren, also als wir hier angekommen sind. Ja, wir sind schon zum zweiten Mal jetzt hier auf Monarch. Als wir hier angekommen sind, sind wir glaube ich an den Straßen irgendwie entlang. Haben uns daran irgendwie orientiert. Stellar Bay. Da soll's lang gehen. Da ist eine Straße scheinbar. Da ist ein richtiges Straßenschild. Naja, vielleicht war hier mal eine Straße geplant und die Schilder haben sie zuerst aufgebaut. Hier hilft alles nichts. Das Ding gefällt mir übrigens. Ach, das ist ja auch ein legendäres Anti-Rapti. Wieso haben wir die denn zweimal? Hä? Halluzinationen? Ich hätte schwören können, dass die Anti-Rapti gerade hier unten war. Nochmal. Ein zweites Mal. Ja, dann halluzinierst du. Du führst ja auch Selbstgespräche die ganze Zeit hier, oder nicht? Ja, ich muss doch aufnehmen und dann muss ich doch was sagen. Nö. Aber nicht so. Ja, ja. Okay. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wir haben schon wieder Kleidung eingesammelt. Tech-Fertigkeit leicht. Haben wir doch hier auch leicht. Ja, aber das ist vielleicht viel schöner vom Aussehen her. Können wir das nicht mal per Drag-and-Drop hier oben drauf schmeißen? Ach, ja, das ist... Also, ganz so hässlich sind die alle nicht, aber... Da ist Gold dran. Ja, das lassen wir so. Obwohl... Echt? Hm. Ja, ginge auch. Vielleicht können wir uns ja mal eine zweite zusammenbauen. Aber jetzt im Moment brauchen wir das glaube ich nicht. Oh, was? Jetzt ehrlich? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Im Badeanzug, da drunter. Ach, können wir nicht so rumlaufen? Das wäre doch gut. Ein bisschen schlecht für die Füße hier bei der ganzen Säure auf diesem Planeten, oder? Das gefällt mir. Das Outfit. Ach, wir tragen ja die ganze Zeit die falsche Kappe hier. Die geht bald kaputt. Oh, die ist ja noch gar nicht kaputt. Ja, wir lassen das hier. So was hier finden wir doch mit Sicherheit dann nochmal. Da können wir aber dann ganz viele Tech-Mods draufpacken und dann sind wir sogar noch besser im Reparieren. Und günstiger wird es dann auch. Schlossknacken haben wir schon. Das kann weg. Tech-Fähigkeiten. Mittel nochmal. Kann sowieso weg. Und ja, bei Schleichen 7 bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das hier kann jetzt auch weg. Weg damit Tech-Fertigkeiten. Ich bin mir sicher, dass wir sowas haben. Auf dem Raumschiff. Müssen wir mal gucken. So, zwei Meter laufen und dann sind wir wieder überfüllt. Da vorne hat sich doch schon wieder was bewegt. Wer? Was? Du bist das nicht. Was ist das? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. MSI-Wache, Ikonoklasten auf, ständiges Stahlrebell. Wir mischen uns mal nicht ein. Ach, der Krieg. Der Krieg hat begonnen. Der Krieg hat ja schon begonnen. Was machen wir denn noch auf diesem Planeten hier? Hey, wir müssen mit... Wie hieß sie nochmal? Mit Ärztin müssen wir nochmal sprechen. Und gucken, was mit Graham jetzt ist. Dementsprechend können wir uns dann entscheiden. Für eine Seite. Vielleicht. Denkt man sich vielleicht so. Ihr lasst eure Leichen einfach hier liegen. Ungeplündert. Und wenn Plünderer kommen, ich nehme das mal mit. Sonst ist es nachher weg, wisst ihr. Bei mir ist es in guten Händen. Ich pass gut drauf auf. Ich verkaufe das auch an der nächsten Stelle wieder. Was ist denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier entdeckt? Bitteschön. Ja, ich glaube der Krieg ist losgegangen schon. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Ach, muss das denn sein? Erzähl mal. Ich habe nicht Zeit für das. Mhm. Und du? Hey. Okay. Aber du. Du willst doch bestimmt reden. Move along. Ach. Ach. Ich dachte schon, da unten wird auch gekämpft. Och, das ist dann vielleicht hier nur zufällig. Die haben sich vielleicht nur geirrt. Habe ich ja zum ersten Mal gesehen, dass hier irgendwas gegen was anderes kämpft. Fällt mir da gerade mal auf. Oder? Gab's aber schon mal. Wir sind wieder überladen. Ich weiß. Ich weiß. So, weg damit. Leicht. Oh, leicht. Verteidigungsfertigkeiten. Ja, aber wir können doch nicht alles machen. Jetzt geht es schon wieder los. Nein. Hm. Das ist ein bisschen schief. Ah, wir werden es mal ausprobieren in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.